Ich komme hier doch gar nicht durch. Wie soll ich denn da... Hallo? Oder kann ich euch anschieben? Wieso steht jetzt hier ein Hindernis? Was soll denn das bitte? Wird er mich verarschen. Das Spiel fühlt mich verarschen. Ich vermute ganz stark, dass ich irgendwie da hinkommen muss. Aber frag mich nicht, wie ich da hinkomme. Hab ich hier irgendwie einen Zwischengang verpasst? Gehen wir nochmal rein. Oh, das dauert da, bis es hier hell wird, wa? Super, jetzt fühle ich mich wieder hier. Hier wollte ich ja nicht hin. Hm. Das gibt's doch nicht. Ähm. Ja. Hi, Hagnor. Fragen über Fragen. Wo geht's lang? Scheiße. Kann ich auf die... Kann ich dich anmachen? Hm, nö. Aber die hört man wieder sprechen. Kann ich nicht. Hier sind auf jeden Fall viele am Quatschen. Hm. 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 Ich hab da nicht dabei. Ich bin given by the... Hm. Ich geh nochmal ganz zurück. Vielleicht hat sich oben ja auch nochmal was geändert. So, der ist zu. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Folge in dem Licht. Ja, ja, ja. Das Spiel hat mir nur so eine dumme... Oh, den haben wir noch nicht gelesen. Oh, den haben wir noch nicht gelesen. Keine Ahnung. Died? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Irgendjemand ist tot. Was a hard blow for all of us. A slap and nothing in compassion. Uh... Yet I wish it was undone. I long to hear her sweet laugh again. Someday, soon, when they've stopped looking, I will make her smile like she used to. Das ist Medusa... Medusas... Labyrinth. Es ist wirklich ein Labyrinth. Na? Sitzen hier zu zweit und irgendwie... Ich find den Weg nach Hause nicht. Und ich habe ganze drei Pfeile. Zum Kämpfen. Ah, guck mal. Doch, hier lang. Oder? Schlechte. Schlechte Idee. Aber ich sollte vielleicht meine Fackel vorher nochmal anzünden. Die sieht ein bisschen aus, als wenn sie gleich leer ist. Mama! So. Hm. Sollen wir kurz warten? Weil mit dem halben kleinen Stick hier brauchen die anfangs zu laufen in der Dunkelheit. Ah. Oh, kaputt! Meine Fackel ist schon wieder... Ist schon die zweite Fackel, die ich jetzt verbraten hab. Ich muss mal schauen. Ich hab noch einige Spiele... Relapse wollte ich eventuell noch spielen. Dann... Ja, die geht alleine kaputt. Was ist denn das da oben? Muss ich das anschießen? Ah, das ist der Hebel. So, jetzt zeig ich euch hier immer meine... Meine Schuss-Skills. Die nicht vorhandenen. So. Wo muss ich denn hier hin zielen? Da? Okay, da nicht. Bam! Staube ich hier? So. Ich würd ganz gern nochmal kurz gucken, ob ich jetzt noch Pfeile habe. Weil ich hab jetzt keine mehr. Weil in diesem Raum tauchen irgendwie immer die Gegenstände wieder auf, die ich brauch. Gehen wir mal ganz kurz gucken. Ja, das war jetzt richtig laut. So, das ist die kaputte Fackel. Wird deutsch kaputt. Wird deutsch kaputt. So. Nee. Okay. Eine Schale habe ich vergessen anzuzünden. Jutz. Oh. Oh. Da ist auch viel Vertageslicht. Aber... Ich hab das Spiel ein bisschen heller gestellt, Hack. Nur... Kann man das gucken? Ich musste grad eine Treppe... eine Fall... Rampel runterlassen. Der... Und hab dann für zwei Pfeile verbraucht. Jetzt sind sie weg. Ja. Ja. Krabbeln wir mal rein hier. Okay. Das ist schön, weil vorhin war es ein bisschen dunkel. Weil ich vergesse leider immer die Schalen anzuzünden. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Siehst du das? Ja. Ich stehe im Dunkeln und hab keine Fackel. Nein. Ich höre Stimmen. Ich höre tote Menschen. Oh, ich glaube, ich höre den Mopper. Ja. Das, was du hörst, ist das Vieh, was mich hier verfolgt. Boah, Alter. Und ich wundere, meine Fußschritte hört man ein bisschen verspätet. Ich will nicht. Ich will nicht. Boah, ich gehe nochmal gucken, ob ich eine Fackel finde. Das geht gar nicht. Ich brauche Licht. Geh noch einmal gucken, ansonsten müssen wir ohne Fackel los. Ne, da bin ich so groß für. Ne. Ja. Und, äh. Und Rinder. Das sieht aber nicht so aus, als wenn... Ne, so wie es aussieht, werde ich wohl ohne Fackel weiter müssen. Hm. Da wird wahrscheinlich irgendwo da hinten in der Dunkelheit die nächste Fackel liegen. ... ... Do... ... gehen wir mal in einen der dunklen Gänge wenn ich gerade ein bisschen heller sich hier wieder alles verändert manchmal sieht das so und so aus da war es da war es gerade darüber gerannt man sieht es glaube ich an dem monitor wenn er anfängt zu ich kann ja mal gucken was passiert wenn ich hier mal einen zentimeter weiter ja vor dem viel muss ich weglaufen so der ist jetzt gerade von links nach rechts man sieht richtig herzschlag ich glaube das ist dieser hallo da ist er lang auf jeden fall ist der denn hergekommen hier ist zu da ist zu er wartet auf mich mit sicherheit jetzt muss ich da auch noch hinterher wir müssen da eben her um vor ihm wegzulaufen geil ne hallo hier ist ein streifen auf dem boden hallo 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 Statue boah ich muss nur mich so erschrecken aber gibt es hier keine ich brauche pfeile nein nein was das wie ist in der nähe jetzt würde das herz nicht wummern ja part 5 von 8 last night they came in when i was sleeping hmm i had barred the door but i must have forgotten forgotten vor allen forgotten just a small mistake when father comes you will have them killed i told them so that they laughed why would they laugh but more than the rest the bones sing to me now wordless room it's helped me after they left just stay there and listen to it for hallo medusas labyrinth ist das ist das nicht da was auf dem tisch hallo 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 nein ich wollte nicht lesen Fackel wie es wieder fallen ist das ist aber fies so muss ich da rein ne der ist zu ne ja der ist versperrt ich erschrecke mich immer an der statue die das schreit